Zukunfts-Ich... Wir gucken an. Okay. Da wurde eben ein Cut gemacht. Mein Zukunfts-Ich war gut. So... Wo waren wir? Ich hab schon alles ver... Achso, am Hunger. Am Hunger. Am Hunger, Mann. Wieso sind die so schief? Mein Stamm ist krumm. Okay, der war nicht wütend. Wahrscheinlich hier in dem blöden Haus. Dann haben einfach alle kein Essen mehr. Egal im Haus. Die Musik macht's auch nicht gerade besser. Ja... Oh, ne, da, da. Da. Naja, solange Kinder... Das war kein Kind... Aber solange Kinder sterben, macht's nicht so viel aus. Da ist es noch recht... Okay. Hey... Kann gerade nichts machen. Wir müssen warten, bis wir wieder genug Nahrung haben und, äh... die nicht mehr... durchgehend abkratzen. Irgendwie habe ich schon wieder so ein schlechtes Gefühl. Was? Ne, ich bin nicht schlecht. Ich bin nicht schlecht. Ne. Okay. Ich ziehe eine Regel. Ich spiele das nächste Mal wirklich auf einfach. Das ist nämlich einfacher. Hoffentlich. Hat er jetzt auf zu sterben? Ich habe nur noch sechs Leute. Zumindest habe ich acht Leute. Aber zwei machen ja nix. Wir sind nur drauf und... Essen unser Essen. Also wir voll gut gebrauchen könnten. Herr schlachtet sie. Allerlei. Ach komm schon. Wir sind nur noch fünf Leute. Ich habe bisher wirklich noch keinen Let's Play gesehen. Okay. Ich habe bisher glaube ich nur... Drei gesehen. Auch noch nicht mal ganz. Gerade mal ein bisschen. Aber... Bisher von den drei... Ist noch keiner gestorben. Okay. Natürlich sind die noch nicht gestorben. Aber ich meine... Ihre Städte sind noch nicht ausgestorben. Und bei mir passiert es jetzt schon zum zweiten Mal. Oder wie? Sag mal. Also laut Logik gesehen. Nach dem dritten Mal müsste es dann klappen. Dann habe ich für die... Die Städte ausgehungert und so. Aber das könnten wir jetzt auch bitte aufhören. Und wir könnten hier weiterlegen. Nein. Doch. Ja. Nein. Doch. Nein. 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 Hm. Wer kommt denn die Heidkowde? Kowde. Alter. Die haben doch... Die haben doch einen Schuss. Das ist einer Haus. Was machen die da? Die wackelt mit den Brüsten. Oh. Oh. Komm her. Alter. Fordere mich an. Oh, die haben hungern. Nein. Und das ist also... Du... 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 ... diesen geschenkt entlang... und... ... ho! sich dauern. Hauptsache sie haben dann vielleicht kein Hunger mehr. Die sterben hier alle. Achso, das war ein Kind. Ja, dann ist ja okay. Dann. Ach. Viel durch ist ja auch noch. Ah ja. Jeder verhungert als nächstes. Ich seh's schon. Komm. Ah. Der Scheduler holt wenigstens schon ein bisschen. Ich muss mal kurz jetzt gucken. Ich muss mal kurz nachdenken. Okay. Oh, ich muss mal kurz nachdenken. Na 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 na. Na. Ja, keine Ahnung, ne, ähm, keine Ahnung, ich wollte gerade gucken, wo man eigentlich den Seed sehen kann, kann man den vielleicht auf Map, ja, Map Seed, 1, 9, 2, 8, 3, 7, 4, ja, ok, ok, das ist ja wirklich der Seed, das ist gut, wenn einfach kein Essen dazu kommt, zumindest nur vor kurzer Zeit, oh, wir haben voll viele Einwohner und können voll viel mit dem machen, meine Fresse, ne, was ist denn das, nochmal, das ist ja der Stall, okay, naja, wir können eh noch nichts bauen, wir könnten zwar so einen Baum ein oder so von den wegnehmen, aber was bringt es uns, dann kriegen wir weniger, wir haben hier wieder einen Zahn, wir hatten einen Zahn, jetzt haben wir wieder das große Nichts, Das kann aber auch daran liegen, dass wir wieder wenig Mäuler zu stopfen haben, oder, 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 das könnte aber auch erst mal so bleiben, wie wir tun, aber wahrscheinlich macht hier jetzt eh niemand mehr ein Kind, weil wir haben zwei Kinder, ok, aber die ziehen dann, wenn dann machen die das nur noch, weil, soweit ich weiß, ziehen die dann nicht zu irgendeinem von denen, ziehen dann glaube ich ein leeres Haus, ich könnte sie ja mal, ich bin so fies und äh, ich weiß nicht, ob ich es machen soll, Nee, 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 nee Es tut mir leid, ich bin scheiße, jetzt wissen es alle, jetzt können wir damit leben und sehen glücklich. Und wir nehmen den Super Seed 1, der ist mir letztens zum Sinne gekommen, keine Ahnung. So eine Stadt will ich mal haben, das sah ja doch voll cool aus, ja bei mir, ah. Ah ne, dabei kommt immer, ah, 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 darüber reden wir einfach nicht. So, jetzt kommt erstmal wieder, wir kennen es alle, wir kennen es alle, wir kennen es alle. Soll ich verwachsen, das ist gut, das ist sehr gut. Und als erstes, was machen wir natürlich, wir machen das da weg, 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 das da weg. Und bauen dafür, das da hin. Wir bauen das aber hier hin. Ich habe ja gesagt, dass ich es machen werde. Und wir werden einfach mal die Hälfte davon nehmen. Und machen den Start. So. Stein ist voll. Sie fangen an zu bauen. So ist das schön. So ist das schön. So ist das schön. Ja, 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 ja. So, jetzt sind alle bis auf zwei. Ach ne, alle bis auf zwei doch. Gerade sind es doch alle bis auf zwei. Da müssen wir denen doch noch ein eigenes Haus bauen. Okay. Nur wohin? Oh. Jetzt muss ich mal kurz planen. Ähm. Hier ist als erstes mal die Straße und hier ist eine Straße. So. So. Die Straße verbindet sich hier natürlich. Und was ist denn da hinten? Da hinten ist ein Berg. Sagen wir mal, hier kommt die City hin und so. Oder hier ist ein Berg. Ach, die kommt da ganz hinten hin. Die kommt da ganz hinten hin. Hinten hin. Da fehlt was. Okay. Hätte ich ja beinahe vergessen. Hier bitte wieder entfernt. Danke sehr. Danke sehr. Und, ähm, ähm, wo ist das Haus noch? Da ist das Haus, da ist das Haus. Da ist das Haus. So. Das kommt jetzt natürlich da. Und da brauchen wir noch zwei Bilder. Und in der Zeit. Ah, was machen wir nochmal in der Zeit? In der Zeit machen wir einen 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 Ja, wir machen einen Gäsel mal. Wir machen einen Gäsel mal. Ja, das klingt gut. Und wir bauen wahrscheinlich gerade einfach wieder zu viel auf einmal und, äh, wir sollten mal... Ihr könnt erst mit eurem Haus anfangen. Okay, sie tun's auch. Hat es gut. Und wehe, die zwei Leute ziehen da nicht ein. Wehe, irgendein anderer schnappt sich dieses blöde Haus. Und, ja, die werden dann einhändig von mir zermatscht, von meiner großen Hand. Kommt dann auf die Welt und drückt genau auf die zwei Leute, die in diesem Haus sind. Ja, wie nett. Die Leute sind so nett hier. Das ist Freundschaft. Was? Ne, ich hab nix gesagt. Ähm... Machen wir mal... Boah, wie man hier schon wieder nix sieht. Äh... 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 Ist das jetzt gerade? Ja. Okay. Jetzt kann's weitergehen. Wieso trinke ich nicht ein Verletzung? Das bin ich eigentlich bescheuert. Bitte antwortet nicht. Das wär so nett. Okay. Wir haben schon wieder zehn Kinder. Zehn kleine Wegfresser und so. Yeah. Ähm... Da in dem Umkreis bauen wir mal lieber nichts mehr, weil... Hier sind eh keine Bäume, also macht's nix aus. Naja doch, es macht was aus, aber... Ja. Wir... Wir ziehen ja unser... Unsere Stadt eh nach der rechts, also können wir das Teil hier auch dann demnächst mal nach rechts versetzen. Dann können wir hier nämlich dann auch schon ein... Eine, 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 eine Jagdkette setzen. Genau das war mein Plan. Das war er. Das war er. Doch nicht auf den Typ. Wie kannst du den Typen treffen und nicht das Haus? Wie geht das? Blindlings draufgekriegt und trifft den Typen. Mal doch. Das funktioniert so einfach. So drück ich leer drüssig. Ja. Ähm... Wenigstens sind auch alle glücklich und leben. Ja. Warum über bin ich stolz. Okay, es wird langsam kühl hier drin. Ich hab Fenster auf. Warte, ich mach mal kurz die Karte. Okay, ähm... Ich hab nämlich Fenster gekippt und wieder nachts mit Feuerwasser zu machen. Denn es ist zu kühl. Und in fünf Minuten ist bestimmt wieder zu warm. Und ich muss gleich hin. Zumindest mach ich das so dann. Okay. Wir könnten auch schon mal... Ich geh jetzt einfach erst mal auf die... Ich bin schlau. Ha! Ich hätt beinah vergessen, dass wir das ja auch noch brauchen. Okay. Ach, mach mich so. Okay. Okay. Die sind da zwar ein bisschen allein, aber... Die halten das aus. Ich bin einfach, danke. Ich vermeld's.